Na scheiße drauf Ähm Wieso Ähm 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 Alter ist das Ich hab weiß Bildschirm Ich hab weiß mit Fadenkreuz Ich hab weiß mit Fadenkreuz Ein Kinofilm Lol Der kann man safe überspringen Aber ich will nicht überspringen Der kann man nicht überspringen Ist ja ein Event Ja 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 Wer hätt's gedacht Ja die kommt dann die taucht auf Ja Aber die Frage ist Was will die Vorbote machen Ey die macht Ey die macht einen auf Silversurfer Silversurfer Cool Ja die ist unsterblich Die Form ist schon ein bisschen sass Nein nein auf Wolverine Siehst du die wird ja angeschossen auf Wolverine You know Ach okay den haben wir vermisst Hä Hä Ne das war's noch nicht Die ist aufs groben Ihr Idioten Doch 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 Ja hoch die ist ein Synchron geworden Einfach kurz Galactus geworden Und weg ist Warte ich hab bestimmt irgendwas vergessen dieses Season zu machen Die sind Ja Ah die ist der Baum Ähm Oh Ähm Oh Ähm Der hat einfach beide Maps zerstört Sie hat nicht in den Ne ne es hat Das kann aber nicht alles Das kann nicht sein das ist einfach wenn es zwei Minuten geht Ja gell Hä warte wir müssen irgendwas jetzt steuern Safe Irgendwas fliegt da vorne Ja Ah ich sehe mich schweben Ich sehe mich fliegen Ich sehe mich fliegen aber nur mich leider Oh Ah ohne meinen Twine PX Banner Ne Doch ohne Twine PX Banner Oh da ist ein Da war es aber ein ziemlich kurzes Live Event Da war es aber ziemlich Status report Ja das war es noch nicht Amy Status report Ach du heilige Scheiße Ne ist nicht hell Oh ne der Er stellt jetzt eine neue Realität Neue Welt oder was Ja jetzt werden alle zusammen Ja jetzt kriegen wir Kapitel 2 Sachen wieder Let's go Kapitel 2 Kapitel 1 oder so Wir kriegen aus allen Seasons jetzt wieder Sachen Let's go Der Zero Point Ah ich wurde genommen Ja nicht nur du Code Red Code Red Digga Es wird immer schneller Immer schneller das Burger Oh Oh ist das hell Alter ist das hell Hä? Ich habe mein Level immer noch Ich bin zufrieden Ah ja ok Ah ah Bist du Twine PX Banner? Ja Lucky Warte Hä? Interaktive Nein nein wir müssen Ich muss mit irgendeinem komischen Baum Interakten jetzt sind wir nicht mehr in einem team zusammen ich sehe euch nicht mehr hier ist aber der rakete ich bin gerade ich bin gerade im gebäude von kapitel 2 glaube ich oder ist kapitel 2 ja jetzt ein reboot werden aber der aus kapitel 2 der kapitel dreimal nicht und ich fall runter wie rausgeflogen aus dem event das hat der account ist jetzt hier ausgeworfen segen einen zeitrennen Ich glaube, du hast dich auf die Lobby geliebt. Was? Was? Wo bist du? Wo bist du? Such dich! Bring mal! Ich hab dich! Nein! Nein! Jetzt! Äh, Leon, du bist hinter mir irgendwo. Äh, wo ist das Zero Point? Ich sehe ihn nicht mehr. Ah, da oben. Ja, ich seh dich da oben! Ja, ich seh dich! Ich bin neben einem Skin. Ey, lol, das ist ein UFO, das ist ein UFO, das ist ein UFO. Ey, da oben ist links. Da ist ein Teil von einem UFO, was zerstört worden ist. Egal, das ist alle Kapitel. Hey, es wird alles zusammen gemacht. Zusammengeführt jetzt gerade. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Och, ne. Och, ne. Ja, ich kann einen Huhn aufnehmen. Wo ist Leon? Oh mein Gott, ich bin auf einer Eisinsel. Ich bin auf Kapitel 1. Ich bin auf Kapitel 1. Ich bin auf Kapitel 1. Ich bin auf Kapitel 1 Basis. Ich bin auf Kapitel 1. Wo bist du? Ah, du bist hier! Leon! Leon, ich bin Huhn! 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 Warte, ich kann mit Huhn hier genauer Sachen anschauen. Ja, es wird alles zusammengewürfelt. Ja, eigentlich, eigentlich wollte ich die Season. Also vielleicht, also vielleicht spiele ich sie mit meinem anderen Account durch. Die ganze Zeit auf der Map, ohne auf Creative zu sch... Also scheiß auf Creative mit meinem anderen Account, glaube ich. Nein, 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 nein. Ich hab den Mut verloren. Neeeein! Ja, das ist cool, der... Hä? Ich bin grad in den Zero Point reingesprungen. Ach du heilige Scheiße. Oh mein Gott. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Yay. Ey, wenn das jetzt 40 Minuten so weitergeht, was soll hier noch passieren? Großartig. Ja, ach so, uns kommt immer ein Teil, oder was? Ach du... Wo? Wo bist du? Ja, Leon, wo bist du? Warum rennen wir weg? Ich will dich wissen. Ah. Ich suche einen Piekspawn. Äh. Ah. Ha. Twin Peaks, ey, Twin Peakspawn, du rennst jetzt nicht weg. Ah, ich bin auch getargetet. So, Twin Peakspawn. Ja, da bleibst, wir bleibst jetzt in meinem Team. Was sehen wir hier noch alles? Ich sehe einen Teil von Kevolution Kraftwerk. Du Kevin. Äh. 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 Kann ich nichts machen. Was leeren? Ich habe hier verloren. Nein. Was? Was? Nein. Was? So. Ich habe einfach 8 Sachen schon eingesammelt und sie. S7. Der, dein Handy. Chill, doch. Es geht ab, Freddy. Ja. Dein Handy ist es. Hey lol. Denkst du, ich kann nicht, ich kann nicht einladen? Warte, ich kann nicht irgendwas aktivieren. Aktiviere Flashback. Ach du heilige Scheiße. Ey Leon, du musst mal zu dem Abend kommen von dem Viech. Komm mal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm mal her. Komm mal her, wo ich bin. Komm mal her. Komm mal zu mir. Hier. Dreh dich zu. Hier. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Komm mal her. Du kannst den Flashback aktivieren und dann was anschauen. Das ist anders geil. Äh. Da oben. Du musst da hoch springen. Ja. Mega. Warte, warte. Neu-Insel. 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 jetzt vercheck ich warum das 40 minuten gehen soll jetzt check ich warum es 40 minuten gehen soll ja du auch oder ja ja das ist umso mehr wir zusammen einsammeln ich glaube so groß die map wird riesig ja stell dir vor also kann auch bis morgen gehen ist live event aber er ist ein bisschen hell ich habe es auf 100 prozent helligkeit gemacht der im stream ist es immer belichtet über mir auch er guckt doch kurz drin ist ein bisschen zu hell warum kollektor item warte mal warte 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 kommt zur rakete 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 oh mein gott kapitel 1 oh mein gott kommt zur rakete kommt zur rakete da kann es auch so ein flashback machen meteorit kapitel 2 ende und überall sieht man paradigma auch schon aufgefallen ist dies immer paradigma ja ja wir gerade von der rakete du siehst immer paradigma als gehen immer ja aber warte mal wie kommt er hier wieder raus siehst du doch gerade du idiot der handy kann mal seine lage schön oder gerade mitten in der insel hatte neuer teil der insel passiert was dreht sich er macht neue meere mehr neue teile mehr neue teile mehr neue teile ja schwäb ich bei leon nein wo ist leon nee so warte wo welcher teil der da runtergezogen mit gerade er kann weg bei uns worden ist das ist ein palm teil das palm teil das ist kapitel 3 1 1 1 1 oder es kapitel 1 nene ist wüste es wüste es ist kapitel 1 oder 3 und kaufs kapitel 1 direkt in die alle und die tag hinter dir nein ich bin runter gefallen nein 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 kapitel 1 du idiot es ist kapitel 2 3 hä ja ist mir auch ja ja gesagt ja davor wo es ankam habe ich kapitel 1 gesagt hast du kapitel 3 gesagt hatte direkt vor dir leon ist da wieder aus dem torbogen zurück erinnern ja 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 was ist es was ist es was ist es was ist es oh mein gott ich musste ich muss dahin 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 das sind alle würfel event dinge oder alle auch gehabt auch season 18 auch season 18 man sieht am ende wieder paradigma wie immer oder ja und ich habe gerade noch mal gedrückt doch nee ich kann es nicht überspringen perfekt warte bist du die andere irgendwas kommt oder doch doch das kommt was kommt das kapitel es ist immer noch ist noch ein wüstenteil ja wüsste ich mache mein game auf dunkel wieder es macht kein unterstieg im game hell oder dunkel perfekt die die es da warte hier ist noch ein fall ist hier wieder zum erinnern ohne ich habe zeit drin aktiviert war ich bin bei leon da wo wir gerade drauf sind ja das kapitel ja ich muss da hinten hin oh mein gott nimmt den huhn und geben auf den reifen oh mein gott liegt man dann hoch und sieht viel wie hoch ja du musst irgendwohin du musst irgendwohin sie dann gezeigt werden muss ah und wenn hier wenn du lange hast musst du angeln langsam stecke ich muss sachen machen die angezeigt werden muss ich hin wo 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 da oben das ist das ist der bär das der bärenkopf 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 aus kapitel 3 wo wo stimmt ja noch ein bärenkopf an den herr stimmte nein ach wo denn es ist so genau ich sehe den baum ich sehe den baum leon kommen ok guck mal in die richtung wo ich gerade guck da ist der baum einfach muss nach oben gucken siehst du nicht ja ja ich schaue mich hier lieber um guck was hier alles ist viel interessanter jetzt verstehe alle springen die ganze zeit runter weil ich zu fett bin da oben zu kommen ja ich muss den wasserfall runter zu leiden wo ist der wasserfall wusste er wusste er ist nicht eingesammelt perfekte irgendwas wird angezogen oder wo bei dir ein skin spieler wo er wo bei dir sagt man beschreibt irgendwas passiert ach du heilige irgendwas wird von händen gezogen ach das ist der würfelteil aus kapital ist der würfelteil aus diesen 18 18 doch sie sind 18 oder nee doch nee kraftwerk nein 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 das ist tiltet nee das ist doch halt doch tiltet da bin ich dumm ja das da vorne das neue wo wir gerade drauf gehen ist doch tiltet oder aus welcher season hä for real laberkein ne halt's maul ja wie komme ich da hin wie komme ich da hin wie komme ich da hin ja ja warte ich versuche da hin zu kommen ja auf der neuen insel ja wo ist der flashback ich immer noch nicht perfekte die ja 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 und wo ist es ich bin zu fett ich sehe es nicht hä bin ich dumm bin ich blind hä bin ich dumm bin ich im falschen gebäude wo bist du das ist ein schwarzer ritter ja da ich war blind ah season 18 ah das war das schöne du weißt noch gell ja von pro auch man wo nein ich sehe es nicht ich will sehen wo oh leon wo ah dahinten ich sehe es ich sehe es hier ist hier ist hier ist hier es ist es ist es ist es ist es ist das ist alles gilt der eine teil das ist das ist eine telefonzelle ja das ist auch season 12 season 12 sie sind 12 genau aber von welchem ort ja von welchem ort ist das oh man der ich falle die ganze zeit runter das ist ein cent belastend dezent belastend wenn man die ganze zeit runter fällt und ich sehe halt gar nichts auf dem monitor als zu helles hey wo hast du den her hä ja wo ist Busch oh wo ist Buschranger wo wo ist Buschranger wo Leon hey warum habt ihr da hängt ich krieg da nichts ich kann nur mit denen reden und da passiert nichts alter maul ach nee doch nicht ich muss 30 Fragmente ich brauche noch ein Fragment fuck it äh ist das wirklich so äh ne fliegen irgendwelche Sachen dieses ja ja Schmetterlinge sind rein Schmetterlinge sind rein Wofen 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 Ja grad deswegen Antes zu teilen ja und dann hinter dem kopf noch hinterm kopf noch rund ja sie ja sie kommen siehst du das so viel kapitel 3 kapitel 3 wirklich ich brauche noch ein fragment da kann ich auch ein halbbeladen ist ungefähr 30 ich habe 29 bis auch nicht so wenig ja ich suche halt aber ich finde keine ist ja unendlich wenigstens ist der grappler wenigstens unendlich ne danke für eine antwort ihr seid korrekt deswegen frage ich ja Leon ist ja unendlich dann hole ich mir jetzt den grappler irgendwas passiert er holt wieder ein teil er holt mehrere wieder erholt erholt ich sehe es nicht als ich jetzt sehe ich erkenne es nicht ich fahr runter ich sehe es wirklich nicht ja ja schon klar niemand 5 immer immer we Ah, Kapitel 2. Ja, das ist Kapitel 2, oder? Ja, 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 ja. Oh, da kam ein Hochstapler. Das ist ein richtiges Hochstapler. Nee, das ist kein Hochstapler, einfach nur... Das war Dingensens hier. Nee, hä? Hä? Countdown, hä? Go, hä? Ich hab irgendwas gemacht, hä? So. Ähm, 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 der Blüschkirkopf hat mich einfach grad out of the map gekickt. Danke. Hä? Ich hab 34. Bei mir ist einfach eins mitten in der Luft, perfekt. Gigi. Ich hab grad grad Stress. Ah, hier ist eine Gold... Ja, hier ist wirklich Goldpili. Irgendwas wird geholt. Was wird geholt? Was wird geholt? Was wird geholt? Nix. Doch, irgendwas wird wieder geholt. Der, bitte mach dein Handy aus. Das fackt ja ab. Hä? Oder leg dein... Oder wirft dein Handy auf dein Bett. Wirft's aufs Bett. Ja, trotzdem. Der Baum. Es ist nicht Kapitel 3, ist der Baum. Was ist das für der Baum? Was ist das für der Baum? Ja, der Baum. Also das, was dafür übrig ist. Das Wurzelwerk. Oder? Ne, ist ein anderer. Ein anderer. Ein anderer. Ein anderer. Ein anderer. Ein anderer. Ingame,in game,in game auf dem Account. Auf dem Account nicht, auf dem Account aber nicht. In den Einstellungen in Fortnite. Weil's geil ist. Ah Flashback. Äh ... pingflock, Mensch, schade. Ah, doch! Es hat einen Sinn Nichts im Leben hat keinen Sinn Außer das Leben, das hat keinen Sinn Was? Falls ihr euch damit umgucken Ahhhh Guck euch mal die Ohren von Tilted Towers die spielte komplett guck mal die uhr von sich wenn man da guck mal die uhr an guck die man ja jetzt ist stehen geblieben da immer die sich durchgehend gedreht jetzt drehte sich wieder durchgehen die zeit ist komplett anders jeder ich hoffe du siehst uns auf was wir reden was wir hoffen uns zu sehen und auf der anderen seite welche andere seite habe ich gerade richtig übersetzt was 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 macht sie hallo hallo ja sie will irgendwas an hallo wo ist leon das ist mein freund nein nämlich ich habe leon verloren nein das geht jetzt schon 20 minuten oder so ist event ja ja das ist jetzt fast am ende es ist das ende alter wie geil sieht die map aus bitte holy shit ja ja weil weihnachten kann wie geil sieht die map aus hallo sie nimmt sich die map mal ganz kurz mit sie nimmt sich die map mal ganz kurz mit ach du oh mein gott oh mein gott oh mein gott wie geil das ist die map und es geht gleich du siehst ja schon folgt ja guck auf hoch es wird endlich motorräder geben oder hoffentlich bitte motorräder bedenemot ob es der biecht da war von mr beast Ja, 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 an der Zero-Point, da hält sie zusammen. Hey, wie krass ist die Map, bitte. Alter, wie krass. Bruder, ähm. Oh mein Gott, der Bus. Hey, wenn die Stellvorseason startet jetzt schon. Nee. Oder? Nein. Nein, wir warten. Ich bleib hier drin, ich mach die Xbox nett aus, ich bleib da drin. Ich dachte, ich hab schon...